hallo zusammen ich bin es mal wieder und ja ich lebe noch wer hätte es gedacht dass so viele tage kam gar nichts wobei so viele tage waren es gar nicht aber kam mir auf jeden fall irgendwie ewig vor also ich war jetzt fast ja also ich glaube schon fast zu zwölf 13 tage er nicht ganz dann mal so ein bisschen mehr als zehn tage ziemlich krank also verdammt erkältet und richtig übel erkältet und es gab auch tage da war es echt richtig anstrengend und da war ich eigentlich die meiste zeit nur im bett ja jetzt dachte ich mir halt so morgen ist heiligabend dann ist weihnachten dann sind es ein paar tage dann ist ja silvester und das neue jahr und da ich halt noch ziemlich viel vorab dieses jahr also noch so wie man das halt so von mir kennt irgendwie so ein jahresrückblick noch so eine topliste irgendwie also was sind meine zehn absoluten lieblingsserien dieses jahr gewesen und warum vielleicht sogar auch das ganze im hinblick auf filme weiß ich noch nicht genau dachte mir nehme ich jetzt irgendwas auf und bevor wir jetzt anfangen mit dem eigentlichen podcast der nicht so lange gehen wird weil ich immer noch echt ganz schön erkältet bin aber es geht so einigermaßen jetzt für weihnachten sollten es sollte es reichen und dachte ich mir einfach zeige ich euch mal meinen neuen karakter den habe ich jetzt letzten tage ganz gechillt gelevelt und da muss man dazu sagen das hätte nicht funktioniert wenn es 8.1 nicht gegeben hätte also 8.1 ist was das anbelangt extrem genial denn ihr können mit eurem main character macht ihr irgendwie diese diese assaults früher hießen sie incursions ich glaube in deutschland irgendwie übergriff oder so ihr kennt das ein bisschen wie die invasions damals in legion und das schöne ist dass es halt für beide fraktionen gilt also auch die leute die an world pvp bock oder die darauf bock haben die da spaß dran haben für dies was das was ganz besonderes denn naja ich habe es heute noch mal erlebt meistens so irgendeine fraktion ist immer im vorteil bzw ist gerade einfach in dem moment einfach von der anzahl überlegen und ja dann denkt man sich als hortler wo sind die ganzen hortler warum lassen die mich im stich wenn ich es auf meinem allianz schaue bin denke ich das ganze eben warum sind meine allianzler halt nicht da aber ich sagen wollte durch diese incursions also durch diese übergriffe diese assaults wie auch immer die da gibt es ein geniales addon von das habe ich von barlow der hat dann video zu gemacht dass er dann heißt bfa timers ich meine irgendwie so wir können mal drauf gehen mit bit slash bit dann kommt hier rein bfa invasion timer so heißt genau das addon wenn ihr das cool findet da wird genau angezeigt wann die nächste invasion ist also diese nächste incursion diese nächste dieser nächste übergriff und dann seht ihr auch schon zwei für das achievement was ihr alles noch erledigen müsst also ein sehr cooles addon eigentlich aber ich sagen wollte und das ganze habe ich verbunden mit dieser ja mit dieser kleinen flask oder potion wie auch immer und ihr seht ihr braucht dafür diese honor bound service medals diese medaillen und die bekommt man eigentlich ganz gut zum beispiel wenn man jetzt hier im arati hochland ist und hier paar world quest macht da seht ihr da bekommt man eine da bekommen auch welche und man braucht jetzt hier für so eine flasche braucht man fünf stück so und ich habe mir glaube ich zehn stück geholt und ich habe die zehn stück verbraucht von 110 an und ich bin heute max level geworden also und ich habe nicht irgendwie groß gelevelt ich habe halt immer mal wieder die incursions abgewartet und danach habt ihr wenn ihr die sind diese 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 abgeschlossen habt und dann auch diesen end boss oder diese endquests abgeschlossen habt dann bekommt ihr hier immer so ein 1 stunden buff und dann bekommt ihr noch mal zehn prozent mehr xp ja und wenn ihr dann zusätzlich noch da diese posten drin habt habt ihr also 20 prozent mehr experience und das heißt für eine stunde beziehungsweise so eine incursion hält ja auch eine stunde das geht sich teilweise genau aus und wenn ihr sonst sei wenn die kurschen also dieser übergriff gerade nicht da ist ihr seht ihr der nächste sind drei schon 44 minuten dann genau um 12 uhr heute nacht dann habt ihr zumindest hier die diese portion und die könnte halt zum normalen questen halten bleiben nutzen ich persönlich bin hier in sulda sah gewesen war bis 116 da und bin danach nasmier ich bin nasmier noch nicht komplett durch und ich bin halt max level geworden also ich finde das level das war vorher schon angenehm das ist jetzt sowas von angenehm und man darf eins nicht vergessen guck mal hier der charakter ist frisch max level und trägt als 340er kram den kann man sich nämlich jetzt herstellen habe ich auf meinem max level char hergestellt und da braucht ihr einfach ein bisschen stoff für und hier wer heißt es die expulsum also ich glaube die hose war die teuerste mit fünf sonst ist meistens drei oder vier ja und da könnt ihr halt schon ein paar items mit herstellen und sonst ist das so der übliche kram halt und mein ziel seit jetzt heute noch 320 zu werden was eigentlich gut gehen sollte um halt noch schnell in die warfront reinzukommen die dark shore warfront gut so viel dazu ich mache jetzt nebenbei so ein paar world quest und der übliche kram und wollte euch ein bisschen was erzählen für den einen anderen wird es vielleicht interessant sein okay ja also wie ihr mitbekommen habt war ich wirklich letzten tage echt nicht gut dran ich war auch teilweise gar nicht am rechner habe dann paar youtube kommentare da habe ich darauf reagiert dann habe ich mir auch sehr darüber gefreut war echt nett geschrieben teilweise mich freut das wahnsinnig dass dieses eine video bezüglich des hoffarms für die blutelfen so gut angekommen ist das war ja eigentlich auch nur so eine idee sondern das motto ja das hat mir geholfen vielleicht hilft das auch dem einen anderen und genau so ist es halt gekommen das ist halt einfach ehrlich gesagt eine echt schöne geschichte wenn ich ganz ehrlich bin von daher habe ich mich da sehr darüber gefreut aber als ich zum beispiel darauf reagiert habe dann kommt zu verfasst habe da lag ich halt echt ziemlich angeschlagen bett in dem moment und habe dann nur geschrieben ja das nächste wird dann wahrscheinlich erst nach weihnachten sein und ihr seht ich setze mich jetzt extra euch zuliebe jetzt noch vor weihnachten noch kurz an einem video dran das geht dann auch gleich noch online dann ist auch gut so ich will ganz kurz was ich mache fliegen einfach erstmal hierhin und holen den regen genau ach ja und eins muss ich noch sagen es ist jetzt so ein bisschen ww-lastig es tut mir leid aber naja ich denke mal man wird es verkraften können ihr könnt für diese medaillen die ich gerade gezeigt habe könnt ihr auch diese map hier kaufen nee nee stimmt nicht das war nicht für die medaillen das ist das waren glaube ich 80 gold dabei unabau und direkt beim schiff da eidgebundenen allianz 7 legion also siebte legion und da kauft ihr diese map und das ist halt eine die kauft ihr mit dem main character so ich glaube die kostet 80 gold ich bin mir nicht mehr ganz sicher können auch 100 gold sein und dann schickt ihr die einfach dem charakter zu und dann benutzt er die und das sind einfach alle flugrouten hier frei ja also ich konnte mit level 110 konnte ich überall hinfliegen und das ist halt das hat das level halt noch so viel angenehmer gemacht weil du einfach kann und du hast halt sowieso schon mehr xp durch die potion du hast deine incursions also diese 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 übergriffe die du irgendwie immer mal wieder einstreuen kannst und dann hast du halt auch noch alle flugrouten auch auf kultiras das ist halt einfach überragend also es macht man macht das 8.1 wirklich extrem laune kurzen charakter auf max level zu spielen und ihr seht ja jetzt mit dem gieren das wird wenn ich da jetzt zeit hätte wird der in ein paar tagen 360 hier so haben das ist so einfach geworden alles und finde ich auch sehr schön um einfach auch schnell nachzuholen gerade für leute die vielleicht eine pause gemacht haben oder wie auch immer gut das noch mal dazu also ich habe mich gesagt sehr darüber gefreut war aber nicht wirklich gut dran streaming mäßig hätte ich vielleicht mal streamen wollen als mir ein bisschen besser ging aber ich weiß erst jetzt auch nicht was und das wird auch in naher zukunft auch nicht so einfach sein also ich muss sagen ich habe da einfach nicht wirklich die motivation jetzt vielleicht bei so einem neuen charakter ist es für mich immer wieder so 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 doof ist auch klingen mag ich bin halt jemand der braucht ziele im leben aber auch im spiel und wenn ich für mich keine ziele sehe dann habe ich keine motivation irgendwas dazu zu machen ja also dieses video zum beispiel mache ich jetzt weil ich weiß dass vielleicht der eine andere sich darüber freuen wird und weil es damit das ziel in dem sinne gibt dass ich halt versuche relativ kontinuierlich content rauszuballern hätte ich dieses ziel zum beispiel nicht würde ich halt sagen ja youtube vielleicht alle paar monate mal oder so und genau das ist das problem was das streaming anbelangt ich streame wirklich extrem gerne aber ich brauche halt immer irgendwie ein ziel dann was damit irgendwie zusammenhängen und dieses ziel sehe ich halt im moment überhaupt nicht und das kann sich vielleicht nächstes jahr ändern aber das muss man gucken ich kann das ja schon mal spoilern ich habe das ja schon mal gesagt also ich habe für mich jetzt entschieden dass ich halt nach weihnachten ich werde wahrscheinlich im zweiten meister wieder zu hause sein vielleicht mache ich sogar dann auch mal einen kurzen stream oder so mal schauen vielleicht auch nicht mal gucken vielleicht aber irgendwie zwischen den jahren jetzt also nach weihnachten und vor silvester irgendwie ins stream oder vielleicht ein zwei stream ist mal gucken aber auf jeden fall kommen halt videos die habe ich ja schon angesprochen und die werden auch kommen es kann gut sein dass ich halt sage okay nach weihnachten dass ich dann dieses video aufnehmen wofür ich schon angesprochen habe und dann einfach explizit was dazu sage dass ich eine neue gülde suche und dann ich habe da auch schon mein web progress profil komplett geupdatet wer es sich also anschauen möchte weiß ich nicht vielleicht kommt für den einen anderen das hier in frage der kann das gerne machen das ist zum großteil aktuell die charaktere also das item level der charaktere und so stimmt gar nicht so ganz aber im großen ganzen ist das schon ganz in ordnung und dazu welche hat ein video aufnehmen und wird auch noch mal genau erläutern was ich denn damit meine dann werde ich dieses video unter wie wir progress packen beziehungsweise wir progress darf man das ja glaube ich nicht weil das externe werbung oder was auch immer ist ich weiß nicht ganz genau deswegen welchen halt den link zu meinem blog packen wer da ein blog post raus machen und da habt ihr dann auch neben dem text der nichts anderes ist als der wir progress text habt ihr dann eben auch zusätzlich das video nochmal ich meine ihr seht das sowieso auf youtube aber nur dass ihr es halt bescheid wisst ja und dem video welchen halt noch mal genau erläutern was ich mir halt vorstelle und ab dem zeitpunkt wenn ich das video rausgehauen haben wenn alles fertig ist dann werde ich mich auch öffentlich auf suche nach gilde stellen und hier muss man dazu sagen ich habe auf allianz seite zwar nur ein charakter der ist 371 aber es ist auch kein ausschluss kriterium also ich kann eigentlich beides beliefern wenn man so will also es ist natürlich ein bisschen mit kräuterkunde schwierig weil mit alchimie char einfach fehlt und ich sehe halt hier auf vorn seite habe ich jetzt auch mit dem mit dem shadow zusammen ich habe drei kräuter charts glaube ich paladin zweiter warlock und hier der shadow priest nur auf meinem main habe ich kein kräuterkunde und ich habe einmal alchimie also ich bin halt super gut ausgestattet auf vorn seite aber das könnte man halt nachholen keine ahnung wenn es wirklich was wird was richtung allianz geht da habe ich da auch kein problem mit dann würde ich hat neuen char nachleveln vor allem wenn man sich halt anguckt wie einfach das leveln jetzt geworden ist es ist halt alles einfach kein ding mehr und da hat sich blizzard mal hat das ist ein bisschen einfacher macht aber deswegen ihr hört es jetzt schon mal also wenn ihr irgendwie darüber nachdenkt vielleicht der konnte könnte für uns in frage kommen dann hört euch mal das nächste video an und da werde ich ein bisschen was genauer dazu sagen ich habe zwar gesehen dass meine alte gilde auch wieder warlock sucht aber das kapitel ist für mich abgeschlossen ja aber das ist halt das ding und wenn ich vielleicht neue gilde haben sollte und man vielleicht wieder irgendwie ist reden kann und streamen kann so dann ist das für mich auch wieder interessanter aber so ist das moment so ich habe zwar ein bisschen gestreamt aber das ist halt ich weiß nicht immer das nachvollziehen kann bei mir ist total krass wenn ich kein ziel habe was ich damit irgendwie verbinden kann dann dann ist das so als würde ich keine motivation dafür haben nicht weil ich das nicht will sondern einfach weil ich das als sinnlos erachte also auch der grund warum ich auch immer wieder denke irgendwie warum gucken sich leute so videos an wo einfach nichts passiert ja das hier ein podcast ist ja was anderes aber es gibt so viele auch streams wo ich mir denke das kann sich doch keiner angucken das ist doch mega langweilig und trotzdem gucken sich das leute immer wieder an also sind daher ja da ja mal schauen aber stream an sich macht mir super viel spaß und ja ich hoffe halt einfach im hinblick auf uhr zu nächstes jahr auch da gibt es jetzt wieder gab es ein video dazu da kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen glaube ich einfach dass es halt super cool sein wird also ich glaube nächstes jahr wird streamen einfach wieder sinn ergeben und ende des jahres dieses jahr also jetzt sagen wir mal seitdem ich aus der gilde raus bin was zumindest was wir anbelangt für mich einfach kein wirkliches ziel vorhanden wo es mal was anderes aber ja das kann man ja schon mal sagen also ich freue mich nächstes jahr also nächstes jahr fängt halt wieder krass an das ist halt oft so dass mir wieder aufgefallen du hast teilweise echt zu lücken wo du ja muss nicht langweilig ist aber wo du halt nicht so wirklich viel zu tun lassen an verstrichen als content creator also du machst du dein ding so keine ahnung so ja podcast mäßig oder halt mal so welche serien gucke ich gerade und so aber das sind halt so so keine speziellen wie das sind keine specials aber nächstes jahr kommt halt leider ein bisschen später als gedacht kommt hier die neue diablo season und ich habe jetzt auch die tage das habe ich wirklich bevor ich krank geworden bin habe ich ein bisschen die man da gespielt ich überlege vielleicht dazu noch ein video zu machen ich finde ehrlich gesagt aber den bild den ich gespielt habe gerade weil der was nicht auf ptr war fand ich einfach zu schwach und dieses natalia set das hat mir auch nicht so ganz gefallen aber naja mal gucken auf jeden fall wenn die die neue diablo season draußen ist dann habe ich da auf jeden fall wieder bock drauf das habe ich immer gesagt dass mir das super viel spaß macht mit irgendwelchen leuten aus dem stream also zusammen dann irgendwie greater risk zu machen und ja so eine season ist halt auch weitaus an interessanter als wenn es jetzt irgendwie out of also es ist zwar noch eine season zu dem zeitpunkt gewesen als ich noch gespielt habe aber es hat jetzt auch nicht mehr glaube ich so viele leute interessiert auf der seite hatte ich auch immer wieder gut zuschauen also für meine verhältnisse man wird es halt sehen aber das wird halt ab dem 19 januar fängt hat die nächste diablo season an und von daher gibt es da auf jeden fall grund zu streamen für mich ja danach also ich verstehe blizzard nicht also sie sie meinen ja eigentlich immer dass sie versuchen so ihre spiele aufeinander so abzustellen also weiß ich nicht dass halt nicht alles auf einmal kommen wie kann es dann sein dass die neue diablo season am 19 januar startet aber wiederum und das ist das was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann aber der komplett neue raid content in wo w also wirklich die neuen m plus das neue m plus system die neue pvp season und so weiter und so fort die startet ab dem 22 also in europa ab dem 23 januar ich frage mich warum also es hieß erst 11 januar diablo habe ich gedacht das ist ja cool da hat man ja gut irgendwie eine woche zeit wo man einfach mal ein bisschen ganz gechillt irgendwie gas geben kann und einfach mal ganz gechillt diablo spielen kann ja jetzt ist wieder so okay und jetzt verbindet sich das irgendwie mit dem neuen content in wo w ich verstehe es nicht er ist etwa rum ob denen das egal ist weil sie der meinung sind ja die diablo spielen die spielen nicht unbedingt wo w erst glaube ich eben nicht und meiner meinung nach ist das auch nicht so weil es immer mal wieder so ist dass die leute denken oh guck mal da da gibt es was neues in diablo und wo w ist gerade eh nicht so interessant dann komme ich mal in diablo rein das wird auch mit dem 11 januar wird das gut gehen aber mit dem 19 januar was soll das bringen das ist ja eigentlich so das wochenende ja und ab mittwoch dann eigentlich wieder komplett wo w also das ist irgendwie komisch geplant also kann ich nicht so ganz nachvollziehen deswegen war ich auch sehr darüber erst überrascht also ich jetzt bei riker gehört habe ja 19 januar naja gut wir machen das beste raus ich freue mich halt drüber das ändert daran ja nichts der ring ist bei so mega crap nicht da bekommen aber es ist nur das alte level ist mir jetzt noch zehn alte befehlen aber an sich ist ein mega crap item für für shadow weißt du nicht genau ich habe mich da überhaupt nicht befasst aber früher was hat so heißt und dann kritz und ich denke mal dann mastery und ich glaube so wird diesmal wieder sein also ja ja wollen mal gucken halt ja und wulzen wulzen wird für mich hat das spiel 2019 das habe ich ja schon mehrmals angekündigt ich bin auch davon überzeugt und das ist heute wirklich so ein podcast der so ein bisschen zwischen den themen hinterher springt ich hoffe es ist für die meisten in ordnung weil ich eben jetzt ein paar tage einfach zu nichts gekommen bin und auch im blog ging halt nichts von daher versuche ich das alles so ein bisschen jetzt noch von vor weihnachten nachzuholen es sie haben ein video rausgebracht ein q&a video und sie hatten ja halt ein paar wie ein paar fragen gesammelt innerhalb der community die wunder ich ihnen ins team sind dieses diesen unterbereich bestimmen glaube ich irgendwie reingepostet die fragen ich weiß nicht ganz genau oder lief es über das discord bin mir in der erst gar nicht mehr so sicher wenn ich ganz ehrlich bin naja und das ding ist halt einfach das q&a hat mich in dem bestärkt wovon ich ausgegangen bin aber muss halt auch dazu sagen dass also man hat jetzt keine sorge aber sie kündigen halt so vieles an und ich frage mich halt immer wann genau soll das alles kommen also was jetzt auch wieder zum crafting gesagt haben und so weiter das hört sich alles richtig gut an aber es hört sich auch wieder nach an dass sie einfach nicht zur potte kommen dass sie auch da wieder das nächste rad irgendwie angehen wollen und ich habe ja in dem einen video gesagt dass ich der meinung bin dass es den spielern erstmal darum geht jetzt diese endlich mal die skillung austesten zu können also der passive talent bauen das ist meiner meinung nach das worauf die meisten spieler einfach bock haben und alles andere ja crafting ist ganz nett und so und dass sie da irgendwie sich mehr gedanken drum machen wollen und dass sie ein bisschen weg von dem ersten umbra system wohl wollen und dass das ganze ja auch auf jahre ausgelegt sein soll das verstehe ich ja auch alles aber klar ich meine das waren die fragen muss man dazu sagen und die sind halt oft vage beantwortet worden also lieber so auch so nach dem motto wann startet die beta wann ist der eigentliche release des spiels da sagen sie halt nichts zu das wäre ja auch völliger schwachsinn sie wollen sich ja auch irgendwie nicht weiteren druck aufbauen lassen jetzt durch die community weil sie auch wieder in den comments bei youtube ich muss echt sagen ich habe da jetzt zwei videos zu aufgenommen ich bin es auch leid ich tue mir das noch nicht mehr an ich gucke generell in keine youtube comments mehr rein wenn ich weiß dass es sowieso in so eine flame aktion übergehen wird ich gucke da einfach nicht mehr rein ich gucke mir ein paar comments an wenn ich denke okay das geht so einigermaßen und wenn ich der meinung bin jetzt wird zu toxisch dann gucke ich einfach nicht mehr rein also mache ich einfach die comments zu und fertig weil ich das einfach dass ich merke auch einfach wie das meine begeisterung oder meine einstellung meine stimmung gerade extrem runter zieht wenn du immer wieder leute hast die einfach alles nur noch schlecht reden ja holsten wird ja nie rauskommen und release 2050 und alles und bullshit das sind halt trolle die absolut null sich für das spiel interessieren und die dann aber irgendwie immer schreiben ja sie werden die ersten die irgendeine alpha und so teilgenommen hätten und ja sie haben damals ihr echtes geld irgendwie gespendet ja herzlichen glückwunsch sie haben beim kickstarter mitgemacht und nur weil sie beim kickstarter mitgemacht haben heißt es also dass man sich alles erlauben darf dass man jedes mal schreien schreien darf nicht nur schreiben sondern schreien darf ja wann kommt das nie raus ich habe doch hier 20 euro so viel investiert wie auch immer ich habe da einfach keinen bock mehr drauf ich mache das auch bei bei den ganzen blizzard geschichten meint auch so auch so videos von preach habe ich auch mal reingeguckt habe ich auch nach fünf minuten die ausgemacht das zieht mich einfach runter ich weiß nicht ich habe da einfach keine lust mehr drauf ich finde man kann genug kritisieren und das mache ich auch und das machen andere seiten aber ich habe da einfach nicht mehr auf diese diese toxische und das was eigentlich so blizzard style dieser community zumindest für mich so nie war und auch jetzt wohl es nur andere action rpgs ich tue mir das einfach nicht mehr an sollen diese leute sich im kopf irgendwie die körper einhauen ich brauche das nicht mehr also ich bin weiterhin von dem spiel überzeugt bleibe dabei dass sie an sich einfach auch zeit nehmen sollen und dass sie einfach das was wirklich wichtig ist dass sie sich darauf fokussieren sollen und sonst auf gar nichts und das ist nun mal meiner nach einfach dass das sind die hauptfeatures des spiels und alles andere können sie irgendwann raushauen so und kurz noch zu dem video also die jessica diese community manager hat ein ganz tolles video aufgenommen wie ich finde hat wirklich diese fragen ganz ordentlich beantwortet natürlich immer viel ja viele details weggelassen was ja auch irgendwie sinn macht weil die devs ja auch sagen ganz ehrlich das kannst du so nicht sagen sagt dann einfach ja so nach dem motto wenn es fertig ist es fertig aber sie hat jetzt schon angesprochen das finde ich ganz interessant das hat auch riker bei sich im video es wird ein ein high risk high reward modus geben und sie wollen halt also es wird den normalen modus also es wird leicht mittel und schwer geben als schwierigkeitsgrade und was ich aber richtig cool finde sie wollen halt dann wirklich auf max level wollen sie hat so einen widerspiel also widerspiel wert und ich weiß nicht genau wie sie das vorstellen natürlich haben wir diesen endlos dungeon den wir jetzt auch schon kennen den aber schon alpha gespielt und sie wollen sowas wie irgendwie also einen zusätzlichen modus irgendwie einführen und da bin ich halt mal gespannt das hört sich super spannend an sagt dem motto man geht ein ganz hohes risiko und bekommt dafür halt super gutes gear ob das halt so sinnvoll erscheint ich mir nicht so sicher aber das ist halt etwas das wird zwar in der beta getestet aber das ist alles erst fürs endgame und sie haben gesagt dass wirklich wenn das spiel rauskommt ist das max level bei level 60 und wir haben bis jetzt glaube ich 20 in der alpha gesehen und 10 bis jetzt in der beta und das ist noch nicht mal die echte beta gewesen das ist jetzt nur technische beta gewesen also finde ich erst einfach nur krass also das spiel wird so viel haben nur die frage ist natürlich wie lange wollen sie die beta durchführen weil sie die über eine jahr über ein jahr die beta irgendwie haben die klar sie wollen natürlich irgendwie auch sicher gehen aber ist es das denn letztlich wert also ich freue mich super auf das spiel und das wird mein mein streaming auch wirklich glaube ich extrem pushen also ich glaube das wird mich dazu treiben wirklich wieder mehr zu streamen wie kein anderes spiel nächstes jahr auch nicht ww als klar ww wenn ich wieder ein rate habe und mystic plus und so habe ich auch schon zu zu moritz gesagt so nach dem motto dass ich dann halt auch wahrscheinlich auch wieder mehr motivation halt haben werde und das auch wieder einfach mehr sinn macht wenn dort eine eingespielte gruppe hast oder mal schnell weg hier sonst greift er mich an ich habe jetzt gerade nicht wirklich bock mich hier mit dem launcher was soll ich muss ja eh ok aber ja warten wir es mal ab aber das spiel wird mir auf jeden fall dazu bringen als stream weil es halt super interessant finde du kannst halt massiv wieder streams machen weil es ja wahrscheinlich auch so viele beta phasen geben wird und genauso wie es jetzt in der alpha gemacht haben auch schon der technischen beta phase du hast halt immer wieder ein grund ähnlich wie es in ww ist somit ptr wo also damals bei banyen hießen die ptr watches ich habe sie irgendwie immer nur ptr coverage oder so genannt ich weiß gar nicht mehr genau wie oder einfach nur ptr aber es gibt halt einfach möglichkeiten dass man immer wieder reinschaut um zu sehen auch guck mal da der nächste bild das hat sich verändert sie haben jetzt zum beispiel was ist ich beim passiven talent des talent baum haben sie das und das geändert und das ist halt super interessant und das wird ja auch für youtube extrem cool sein ich bin super begeistert über die aufrufe meiner murzen videos ich freue mich da sehr drüber und klar ich meine dass jetzt das youtube video jetzt hier zu zu dem ruf hier mit den blutelfen da hinten das ist natürlich schon schön das geht glaube ich jetzt schon über 500 aufrufe so das ist natürlich schon schön aber auch dieses fast 100 aufrufe video jetzt hier von nur zu dem zu dem ganz kurzen das war ja nur ganz kurzes irgendwie info video das ist nicht einfach toll und das zeigt mir einfach wie viel potenzial dieses spiel einfach hat auch für eine community auch für ja einfach an sich halt dass ich freue mich da sehr drauf und das sollte aber jetzt dem letzten klar sein dass wohl zum für mich einfach ein spiel wird was mich zum stream aber vor allem auch für youtube als extrem halt animieren wird da bin ich von überzeugt ja und sonst ja es ist halt letzten jahr letzten tage passiert nicht viel ich lag halt meistens im bett und wenn ich mal nicht im bett war oder im bett war dann habe ich ja ein bisschen irgendwie hier ww gezockt diablo gezockt habe ich dann nicht mehr dazu jetzt nur ein bisschen ww und habe ein bisschen was nachgeholt das war voll krass jetzt ich bin halt jemand der wenn man mich genauer kennt in ww weiß man dass ich halt gerade jetzt wo ich sehr casual mäßig spiele dass ich halt dann trotzdem viel mache also ich habe halt vor allem das dafür gesorgt dass halt bei allen charakteren die ich habe ich habe jetzt fünf max level chars hier auf vorde einer auf allianz und keine ok den schar kann man hier nicht rechnen der ist heute max level geworden das ist ein bisschen blöde aber von den vier max level chars also von denen dies vorher schon waren ist keiner mit einer halskette glaube ich unter 33 oder der paldi ist glaube ich noch bei 32 und halb das so aber das ist schon ziemlich krass also da habe ich auf jeden fall immer gut was dran getan ich habe halt die immer ja das habe ich schon ein bisschen vernachlässigt muss ich dazu sagen ich habe halt nicht alle übergriffe gemacht das heißt da hätte ich gerade mit dem main character hätte ich das machen müssen ehrlich gesagt weil man dadurch dann ja die drei siebziger teile gut dann erzaubern kann und dann die neue titanum titan titan residium wer und dann bekommt das habe ich halt nicht gemacht aber wenn ich halt am rechner war habe ich ja zu einem bisschen so ein bisschen ww halt gespielt aber auch nicht viel naja und sonst habe ich halt wieder viele filme jetzt geguckt und da wollte ich eigentlich noch ein video zu aufnehmen aber das klappt jetzt ähnlich mehr von daher packe ich jetzt einfach ins in hier in den podcast vielleicht ist das für den einen anderen ja noch interessant ich habe dieses jahr glaube ich so viele weihnachtsfilme wie noch nie zuvor gesehen das liegt daran dass netflix auch eigenproduktionen hat entweder jetzt ganz frische oder letzten zwei drei jahren aber auch amazon prime ziemlich viele ich weiß nicht ob es eigenproduktionen sind aber ziemlich viele weihnachtsfilme da ist ziemlich viel schund dabei weil da sind aber wirklich ganz tolle filme dabei ich möchte jetzt mal ein paar nennen die kennt ihr bestimmt nicht habe ich jetzt ich muss noch ganz kurz gucken ganz kurzen mini pause ich muss gerade auf meinen blog gehen das ding ist nämlich ich habe da sofort eine review zugeschrieben denn ich habe jetzt auch angefangen ach ja das habe ich auch gemacht ich habe jetzt angefangen nicht nur die serien da kurz so eine review zu schreiben sondern auch für filme und das macht super viel spaß weil das schöne daran ist dass man halt du guckst einen film und du schreibst danach eine review von weiß ich nicht paar zeilen das ist halt nicht viel aufwand bis in fünf minuten oder somit fertig und dann vergisst du das aber nicht und ja das macht einfach spaß und das ist gerade für serien hat mir super viel spaß dieses jahr schon gemacht und deshalb habe ich halt schon mal im hinweg auf zeit an 19 damit angefangen also wenn ihr auf meinen blog geht habt ihr nicht eine liste an serien 2018 2019 jetzt auch liste an filmen 2008 und 2019 und genau ich habe mir angeguckt an weihnachtsfilm moment also genau was habe ich hier geguckt ich habe mogli legende des dschungels geguckt das sind jetzt keine weihnachtsfilme deswegen lasse ich erstmal weg mission impossible sechs vor ort habe ich endlich geguckt war überragend hat richtig viel spaß gemacht lest euch mal meine review durch ich finde das ist abgesang auf tom cruise auch wenn ich ihn von seiner ideologie nicht mag aber als schauspieler finde ich einfach mega stark und ich habe wish for christmas geguckt glaube an weihnachten ja da kann ich mal kurz was zu sagen also es war auf amazon prime es geht darum ich habe so ein 17 jähriges mädchen oder so also man muss dazu sagen viele von diesen amazon amazon prime videos sind wenn man es ganz böse sagen möchte etwas christlich angehaucht vielleicht sogar etwas ideologisch versehen also nach dem motto ja und am ende ist es das christentum und nur dadurch und durch die liebe zu gott und an jesus und wie auch immer haben die wieder zu sich gefunden und so aber ich finde echt das ist mir scheiß egal bin ich ganz ehrlich in einer weihnachtszeit warum soll es da keine irgendwie filme geben die mal sagen eure leute familie ist uns wichtig und wir denken mal nicht alle auf nur an uns und es geht mal nicht um geld und geschenke und alles drum und dran sondern es geht mal um die die quintessenz vielleicht sogar die 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 basis allen ja von allem was eigentlich mit weihnachten zu tun haben sollte zumindest ist das immer meine devise gewesen wird auch immer sein für mich ist die weihnachtszeit die schönste zeit im jahr die adventszeit natürlich auch damit in verbindung und vor allem weil ich einfach der meinung bin dass hier viele leute egal wie stressig es gerade auf der arbeit oder so ist oder auch im studium in der schule privat wie auch immer dass man einfach versucht so ein bisschen irgendwie runter zu kommen ich werde auch gleich gleich noch mal die kerzes zum vierten advent anmachen ich habe jetzt die letzten tage als mir ein bisschen besser ging dann abends dann immer neben zocken und ein bisschen filme oder serien schauen halt den adventskranz angehabt ich finde das einfach jedes jahr wichtig klar kann man sagen es ist kitschig wie auch immer mir persönlich ist es wichtig war es schon von vornherein also auch schon als kind würde ich gerne beibehalten so diese diese darstellung oder ja diese einstellung eigentlich eher und deswegen ist es mir auch egal wenn die filme so ein bisschen kitschiger sind oder so ein bisschen triefend voll irgendwelcher ideologischer vorstellung sollen leute irgendwie als kritik reinschreiben stört mich erst nicht und a wish for christmas ist ein ne wish for christmas es gibt auch a wish for christmas muss man dazu sagen den habe ich auch gesehen aber ich habe keine review zugeschrieben weil ich den einfach nicht so toll fand wish for christmas also glaube an weihnachten hat mir gefallen weil er eine interessante message hat und zwar geht es darum dass ein 17 jähriges mädchen da ich ja mit angefangen bevor ich wieder ewig ausgeholt habe die möchte eigentlich jedes jahr an so ball teilnehmen so weihnachtsball irgendwie sowas ist das aber die eltern sind halt mega konservativ bzw für die ist weihnachten einfach alles und sie leben halt nach der botschaft jesu wenn man so will und jetzt kann man sich ja vorstellen was in richtung das geht also wir haben jetzt ein mädchen die ihren willen durchsetzen möchte und wir haben allerdings eltern die ziemlich verbohrt sind weil sie eben ideologisch oder vom glauben her einfach in diese richtung irgendwie sich selbst drängen oder ja auch immer und also wünscht sie sich wie kann man sich auch es anders vorstellen sie wünscht sich jetzt dass ihre eltern nicht mehr so drauf sind und wie macht sie das na ja sie sagt halt einfach bitte bitte ich hätte gerne mal eltern die eben für die weihnachten nicht so wichtig wäre und die mal nicht immer nur nach nach der botschaft christi und so ihr leben aus eigentlich ihr gesamtes leben also nicht nur ihren alltag und eben auch ihr ihre berufliches leben irgendwie ausweiten und dann passiert das eben genauso und auf einmal ist es eben so dass sie gemerkt okay wie es ist wenn die eltern eben jetzt mal überhaupt nichts mehr mit weihnachten zu tun haben und da denkt man erst ja das geht ja nur um weihnachten nee es geht eben nicht nur um weihnachten und deswegen ist mir persönlich auch habe ich auch in die review geschrieben mir ist doch persönlich völlig egal ob das jetzt christentum ist oder hinduismus oder islam oder judentum was auch immer es geht darum was ist wenn sich in dem eine 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 sagen das führen oder die die vorstellung des eigenen lebens eben drastisch verändert und was das wiederum halt für auswirkungen mit sich bringt und dadurch dass die eben jetzt nicht mehr so religiös sind und nicht mehr wenn sie sich für die arme oder so einsetzen merkt 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 das auch sofort das direkte umfeld also einfach gesagt irgendwie ein nachbar der finanzielle schwierigkeiten hat und sie ich glaube ich meine ich meine die sind anwälte glaube ich die eltern und die wollen den irgendwie eigentlich unterstützen natürlich auch irgendwie unentgeltlich und so weiter und jetzt nehmen sie dafür super viel geld und arbeiten dann auch mit der bank zusammen naja und das mädchen muss man zu sagen es ist keine große schauspielerische leistung bei allen beteiligten gewesen aber okay die merkt jetzt eben oh gott ja aber meine eltern sind ja jetzt mal ganz anders wie ich sie kenne und das ist irgendwie erfrischend weil es einfach mal einfach mal den blick ermöglicht was ist denn wenn mal es ganz anders läuft und das hat mir erst ganz gut gefallen und am ende ist natürlich wie man kann man sich das also es ist ja kein spoiler aber man kann sich ja vorstellen dass ich dann halt bei dem mädchen irgendwie so eine gewisse message irgendwie durchgesetzt hat und es am ende dann ganz nett ausgeht ja der zweite weihnachtsfilm auf amazon prime den ich geguckt habe ist the heart of christmas ich muss sagen der film ist mein absoluter lieblings weihnachtsfilm geworden der geht aber so unter die haut ich kann euch den nicht empfehlen wenn ihr gerade irgendwie nah am wasser gebaut zeit oder wenn ihr gerade irgendwie privat irgendwie etwas schwieriges durch macht also ich ganz einfach letztes jahr hätte ich den nicht gucken können bin ich ganz ehrlich aus privaten gründen und dieses jahr war es echt heftig aber es ging so einigermaßen und und es ist ein wunderschöner weihnachtsfilm und es mir auch scheißegal ob der von so einer gospel irgendwas produktion erstellt worden ist es basiert auf einer wahren begebenheit und dies super super traurig ich muss gerade mal kurz selbst durchlesen ach ja genau es geht darum dass ein ein kind weiß jetzt nicht genau wie alt schätze mal so 45 vielleicht sechs dann ich glaube sechs weil er noch nicht also noch ein bisschen jünger also 45 jahr glaube ich wird ins krankenhaus eingewiesen und die eltern erfahren eben er hat leukämie und dieser junge ist halt so lebensbejahend und so froh und so so soll man sagen das macht einfach unfassbar viel spaß diesen jungen zuzuschauen bei allem was er macht bei allem was er sagt bei allem wie er sich verhält und dieser film ist halt so hart weil es leider genauso passiert ist das heißt er hat die diagnose bekommen bzw die eltern dass es sich hier eben um eine leukämie erkrankung handelt und dann haben sie ich glaube über ein halbes jahr oder so haben sie eigentlich nur im krankenhaus gelebt also vor allem die mutter und das ist halt das ist schon einfach krass jahr sich dann halt mit anderen müttern in dem sinne halt sehr sehr angefreundet die ähnliche kinder haben also die ähnliche krankheitssymptome irgendwie vorweisen meistens sind das glaube ich auch krebskranke kinder und daraus ist halt auch nur eine freundschaft geworden zwischen den eltern und dann ist es aber so dass das kind ja also es ist es ist kein einfacher film kanon aber er macht hat einfach nur spaß weil er halt einfach so bewegend ist naja und das ding ist jetzt so es ist halt kurz ich glaube es ist ungefähr ja es ist thanksgiving genau und sie erfahren jetzt das alles jegliche arbeit ist ein arzt und hinterher haben sie dann extra so einen experten dazu gezogen und auch der weiß einfach nicht mehr weiter und sie erfahren jetzt einfach er wird also das kind wird weihnachten nicht mehr erleben und es ist jetzt es ist jetzt thanksgiving und jetzt fangen sie an obwohl es noch thanksgiving ist für weihnachten zu schmücken und das spricht sich halt in der umgebung um also in der nachbarschaft und ja man kann nicht sagen die 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 hauptdarstellerin aber zumindest diese ein bisschen irgendwie so eine rolle einnimmt die erfährt jetzt so langsam warum denn die eltern so und so handeln die wusste das halt nicht und die mutter von diesem kranken kind hat eben ähnlich wie ich die hat so ein blog und natürlich jetzt eher ein blog um über die kindheit also über die krankheit ihres sohnes zu sprechen aber auch wie sie sich gefühlt hat wie ihre eltern sich fühlen wie ihr mann sich fühlt und so weiter und so fort und die die nachbarin die liest eben diesen blog und versteht halt immer mehr und das ist immer so dass wird so nach nachhinein halt irgendwie erzählt das finde ich super gut also ich finde diese diese idee wie man das präsentiert unfassbar stark weil man so man sieht die liest ich gerade im blog durch einen blog eintrag und dann hört man eben die die stimme der mutter und dann gibt es einen flashbacks und so eine rückschau und dann sieht man eben das und das ist halt damals passiert ja im großen ganzen kommt es eben so wie man sich das leider vorstellen mag oder vielleicht nicht vorstellen mag aber wie es einfach der fall ist nämlich die mutter und der vater die versuchen halt noch das letzte weihnachten für ihren jungen zu gestalten ob auch wenn es nicht weihnachten ist und dieses the heart of christmas also das herz von weihnachten das trifft es halt wie die faust aufs auge weil es überhaupt nicht darum geht um geschenke und so und das ist dem jungen auch völlig egal der will nicht irgendwas bekommen sondern er möchte einfach diese stimmung dieses miteinander in der gemeinschaft also in der gemeinde in dem falle natürlich hat es auch hier wieder so einen religiösen aspekt die waren scheinbar auch relativ religiös in wirklichkeit aber das ist halt das geht so unter die haut und der nimmt einen so mit und man vergisst einfach alles so blöd das klingen mag es gibt schöne weihnachtsfilme die ich immer wieder gucke jedes jahr aber kein weihnachtsfilm geht so unter die haut und hat mich so mitgenommen wie dieser film einfach weil er für mich genau das aussagt was die weihnachtszeit ausmacht völlig egal was mit geschenken ist und keine ahnung was es zu essen gibt und was auch immer es geht einfach darum um liebe und um geborgenheit und der dieser junge der lebt das erlebt das das allerletzte mal und auch wenn es nicht weihnachten ist für ihn ist es weihnachten und wie die familie die eltern und dann auch die nachbarn und auch dann die großeltern und so weiter wie sie das halt umsetzen ne ich glaube die quest lasse ich den derft nicht das finde ich einfach also der film geht um teil unter die haut wenn ihr also mal richtig tollen weihnachtsfilm sehen wollten ihr habt amazon prime dann guckt euch den an ich kann es euch echt nur empfehlen aber bitte seid davon überzeugt also nicht überzeugt aber macht euch darüber oder seid darüber im klaren dass es halt einfach extrem traurig gegen ende sein wird also es ist halt einfach kein viel gut film also ja man fühlt sich gut weil man einfach tolle menschen zu sicht bekommt aber es ist halt einfach traurig zu sehen dass er am ende einfach stirbt und da es hat eine wahre begebenheit ist es auch kein spoiler es ist halt genauso passiert und für mich ist das der weihnachtsfilm und den welche ab jetzt wenn er auf amazon prime immer mal wieder verfügbar ist oder auf anderen streaming plattformen wie netflix ich werde mir jedes jahr versuchen anzuschauen weil der einfach genau diese essenz ausmacht und dann habe ich noch ein weihnachtsfilm geguckt jetzt auf netflix und der ist el camino christmas und das ist jetzt eben ein ja ich würde so ein bisschen sagen eher so eine so eine schwarze komödie mit einer ganz netten message also jetzt mal wirklich weg von wirklich traurigem inhalt hin zu so erst kuril im inhalt und das ist halt el camino christmas total also der war glaube ich schon 2017 und spielt mit tim allen der mir ganz gut gefällt in der rolle ehrlich gesagt und alle anderen irgendwoher kannte ich die aber ich wusste auch nicht mehr genau wirklich woher es geht halt darum dass jetzt ein ein junger mann schätze mal so mitte 20 kommt nach el camino ist glaube ich nevada genau nevada und sucht sein sein vater weil seine mutter ist gestorben und sie hat ihm jetzt halt einen brief hinterlassen und da nein genau nicht ein brief hinterlassen er hat die briefe von seinem vater gefunden der halt immer wieder geschrieben hat und er wusste gar nicht dass sein vater sich so um ihn also er dachte erst dass sein vater sich irgendwie überhaupt nicht mehr um ihn kümmern würde dass dass er überhaupt keinen oder dass sein vater überhaupt keinen kontakt mehr zu ihm wollte und er findet aber diesen ganzen briefe und weiß halt nur sein vater muss wohl irgendwo in el camino sein und sucht den halt und das ist eben jetzt alles sehr skurril es ist so ein bisschen habe ich auch in der review geschrieben wie bei fargo wer sich an die erste staffel erinnert vor allem und wer auch den film fargo kennt also wirklich konen brüder es ist einfach richtig spaßig teilweise es ist völlig abstrus die charaktere sind komplett drüber aber es ist einfach ganz nett gemacht und du hast halt so ein paar charaktere die wirklich magst und einen mag man so überhaupt nicht ja und die message ist halt so ein bisschen er lernt hat seinen vater kennen ohne hier ist boll ich mal nichts denn er weiß am anfang gar nicht wer sein vater genau ist und er hat mit ihm viel zu früher als schon viel früher zu tun obwohl davon gar nichts weiß und am ende sage ich mal kann sein vater ein bisschen besser mit der situation umgehen es ist ein sehr sehr abgefahrener film und es ist auch kein film in dem man gesehen haben muss es ist auch kein absoluter weihnachtsklassiker sowas wie kevin allein zu haus oder der polar express die ich leider auch noch nicht gesehen habe ich glaube einmal nur oder sowas wie wie love actually tatsächlich liebe den habe ich auch dieses jahr das erste mal gesehen ich konnte mich zumindest nicht mehr daran erinnern fand ich richtig gut ist auch schon echt alt aber unfassbar gute schauspieler also wenn ihr den euch gesehen habt tatsächlich liebe love actually ist mal einer der besten weihnachtsfilme überhaupt weil er einfach unfassbaren cast hat mit kieran lightly mit you grant mit noch so vielen mehr fallen mir gerade alle nicht ein aber es ist ein ganz ganz toller cast ach ja hier martin freeman also ein ganz ganz toller film ist glaube ich auch schon über zehn jahre alte so noch älter hat mir auf jeden fall richtig viel spaß gemacht naja und es ist jetzt kein klassiker dieser el camino christmas das ist ein netflix original kann man als sagen ja also die typischen typischen netflix dinger die nicht wirklich viel wert sind aber die man sich irgendwie dann trotzdem mal geben kann und so würde ich halt auch sagen dass es passt zu dem eigentlich ganz gut also el camino christmas kann man sich geben wenn man möchte muss man aber nicht unbedingt also ganz nett aber jetzt auch kein absolutes highlight also ich muss sagen von den weihnachtsfilmen wo ich eine review zu geschrieben habe ich habe viele weihnachtsfilme geguckt ich glaube ich habe echt viele geguckt also ich glaube auf netflix alleine habe ich fünf oder sechs neue filme gesehen die ich noch gar nicht kannte und auf amazon prime irgendwie genauso und da habe ich nach die alten filme geguckt wie kevin allein zu haus 1 und 2 die hat da den zweiten teil aber nur stirbt langsam zwei habe ich nur geguckt aber ja ich meine der ist geil geil genug also da muss man nicht unbedingt auch den ersten teil gucken und von den zweiten ehe von mit abstand von allen eigentlich am besten und ja also von daher habe ich dann versucht das best daraus zu machen in den letzten tagen wo nicht so gut dran war und habe eben sehr viel weihnachtszeit nachgeholt weihnachtsfilme und serienmäßig habe ich dann irgendwie jetzt in der weihnachtszeit nicht so viel geguckt und habe auch nicht wirklich bock gerade drauf ich weiß zwar es kommt jetzt wieder was gutes aber habe ich jetzt erstmal gelassen weil ich jetzt einfach weihnachtsfilme gucken wollte es sei denn es ach ja was ich auch noch geguckt habe hier auf netflix zum beispiel ist christmas chronicles dieser 2018er film der jetzt ganz neu ist mit kurt russell finde ich richtig gut hat mir super gut gefallen einfach sympathisch natürlich völlig überdreht da habe ich sowas geguckt wie santa und co ist ein französischer weihnachtsfilm ist auch völlig überdreht aber ganz toll an die animiert wie ich finde also nicht animiert das ist kein animationsfilm alle schöne effekte hat mir an sich auch gut gefallen von daher ich würde sagen dieses jahr habe ich wirklich weihnachten bis zum geht nicht mehr mitbekommen weil gerade in der schulzeit noch im studium war es so dass ich da eigentlich nur wenig von mitbekommen habe weil immer dann wenn weihnachten eigentlich vor der tür stand oder die adventszeit da hat man eigentlich bis kurz zwei drei tage vorher einfach nie zeit gehabt da hat man irgendwelche klausuren oder seminare und seminar arbeiten und alles mögliche und da war einfach nicht wirklich die zeit und dieses jahr das hat ein bisschen anders und ging es auch ging ganz gut ja quasi ich glaube ich schon lange genug lange hast eine stunde okay das reicht jetzt auch ich merke auch dass ich es meistens ein bisschen halsschmerzen bekomme also ich bin noch nicht komplett fit es war jetzt ein sehr weihnachtsmäßiger podcast ich würde ich sagen aber ich finde das erst immer wichtig also ich versuche dieses jahr noch irgendeine coverage richtung ja so persönlicher also beziehungsweise blog oder content also youtube twitch blog content mäßig also kals portal eu rückblick halt irgendwie anzubieten wer da bock drauf hat ob ich das als podcast mache oder irgendwie in schriftlicher form weiß ich noch nicht aber das mache ich jedes jahr letzten jahr und wollte dieses jahr machen es wird auf jeden fall halt noch eine besten liste an serien geben also ich habe mich auf die auf zehn habe ich mich beschränkt fünf wäre ich zu schwierig fünf schaffe ich nicht weil ich habe so viele gute serien dieses jahr geguckt fünf wäre einfach unangemessen aber zehn finde ich trifft es ganz gut da kann man mit leben dann was wollte ich noch dieses jahr machen ich wollte noch irgendein video auf jeden fall noch aufnehmen wenn ich wüsste was vielleicht zu filmen ne filmen das reicht nicht da habe ich zu wenig gesehen vor allem weil ich das jetzt eh schon eingebaut habe mit dem weihnachtsfilm ja weiß ich nicht vielleicht kommt noch irgendein spontanes video irgendwas hatte ich auf jeden fall noch das hatte ich mal vorgenommen das war mir auch irgendwie wichtig ach so genau klar habe ich ja schon angesprochen das video halt dass ich da eine wilde suche und so weiter das kommt auf jeden fall auch noch ich weiß nicht ob das jetzt ungefähr noch zwischen den jahren kommt oder erst anfang januar ich finde es kommt jetzt auch nicht auf die genaue also es kommt jetzt nicht darauf an dass das jetzt irgendwie genau dann stattfindet sondern und das kann man schon festhalten ich möchte halt etwas finden das habe ich auch in den wir über progress text reingeschrieben was sich so ein bisschen wie meine alte gilde anfühlt das heißt es kann auch gut sein dass ich einfach viele gilden mir dass ich angebote bekomme oder mir die anschaue und einfach der meinung bin ja da passt vieles aber im großen ganzen ist es nicht das was ich haben möchte und es kann auch gut sein dass ich am ende sage ja dann lassen das erstmal komplett also ich würde gerne den nächsten rate content erleben auch in mystic das ganz klar weil es macht mir super viel spaß ww macht mir weiterhin spaß ich finde durch 8.1 spielt sich bfa extrem rund jetzt ich habe ja schon gesagt dass ich der meinung bin dass mit 8.1 oder im jahr 2019 bfa noch so viel besser werden wird davon bin ich auch weiterhin überzeugt von daher würde ich gerne den neuen rate content spielen aber eben nicht kommen was wolle von daher mal gucken ob sich da irgendwas ergibt ich freue mich auf jeden fall so ein bisschen auf alles neue halt und bin halt gespannt ich habe da ich habe auch schon zu moritz gesagt vielleicht hört ihr jetzt video weil der hat jetzt auch die letzte zeit so ein bisschen unglück mit den gilden gehabt gehabt oder zumindest war eben das alles nicht so ganz geheuer und er hat sich da was anderes darunter vorgestellt und da ist eben das ding ich will halt nicht irgendwie innerhalb von ein paar tagen wieder eine gilde wechseln weil ich der meinung bin das passt wieder nicht immer dann wenn ich nicht eine eigene gilde hatte da hatte ich relativ viel glück damit also klar ich meine indy works war schnell vorbei es lag halt eher daran dass es halt an sich halt schon bröckelig war dann delirium damals wenn sie so hieß ich bin mir ganz sicher ich glaube sie hieß so das war auch eine relativ kurze zeit aber zum beispiel habe ich mal nachgeguckt hier was wollte ich gesagt haben b 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 water genau da war ich das habe ich mal nachgeguckt das wusste ich gar nicht da war ich von februar an bis ich glaube september mitte september oder ende september also ich glaube von night hold indigen an bis mitte tumour sagarys irgendwie so das fand ich schon ziemlich krass das war eine schöne zeit und das war auf jeden fall das war genau diese gilde so ein bisschen wie ich mir das vorstelle das war spielerisch echt ein gutes niveau das hat mir sehr zugesagt es waren ganz tolle menschen zum großteil ja klar du hast immer wieder leute mit denen du nicht so zurechtkommst oder die dir nicht so wichtig erscheinen ein bisschen gruppenbildung hast du halt immer aber ich habe mich da trotzdem wohl gefühlt ich fand auch dass die performance echt ordentlich war und von daher wenn es nochmal sowas geben könnte abseits von der eigengilde wenn es so in Richtung b water gehen würde wäre das auf jeden fall mehr als das was ich mir vorstelle ob es so kommt keine ahnung das ist ja schön daran keiner weiß was 2019 ist ähm ich lass mich einfach überraschen mach mir da aber auch keinen druck wenn ich der Meinung bin okay irgendwie aus den gründen aus rl gründen oder aus ähm anderen gründen es macht grad einfach keinen sinn dann kann man das auch erstmal irgendwie lassen ja das wird man halt einfach sehen ähm aber mir ist halt wichtig dass ich wieder was hab was sich zum streamen lohnt was ww anbelangt und ähm vielleicht gibt es einfach nächstes jahr einfach auch so ein paar wirklich überraschungstitel wo ich mich so drüber freue und eins kann man mir ja eben vorwerfen man kann ja sagen irgendwie ja Tobi du nimmst vieles irgendwie zu ernst und machst dir teilweise zu viele gedanken und so weiter das kann man mir vorwerfen das verstehe ich auch aber man kann mir nicht vorwerfen dass wenn ich von was überzeugt bin und wenn ich wirklich so leidenschaftlich da hinterher bin dass ich da wirklich vieles für tue also ich finde man sieht ja jetzt schon dass ähm gerade was wulsen anbelangt und da ist wirklich wenig bis jetzt erst vorhanden dass ich da echt versuche viel rauszuholen und dass ich einfach versuche aus ein bisschen diese leidenschaft rüber zu bringen und auch diese leidenschaft für das spiel und warum auch warum mir auch dieses entwicklerstudio so wichtig ist ich habe jetzt wieder gelesen das sind nur glaube ich nur 30 entwickler im ganzen da ziehe ich einfach einen hut vor das ist halt ein projekt das dauert halt ewig aber es ist halt einfach ein kleines entwicklerstudio und ich finde das einfach total beeindruckend ehrlich gesagt dass so ein paar leute wenn man sich jetzt mal zum beispiel den blizzard pool anguckt an entwicklern dass die klar die brauchen ewig dafür aber dass die sowas hochwertiges und so viel so viel qualität da einfach auf aufs spielfeld irgendwie bringen das finde ich das finde ich wirklich toll und von daher versuche ich auch irgendwie diese motivation die ich verspüre auch diese begeisterung für das spiel eben auch im streams und in youtube videos nächstes jahr über zu bringen vielleicht klappt das ganze ja auch im hinweg auf wo w wieder mehr und vielleicht auch wieder diablo weil ich habe gern diablo letzten zeit gespielt hab halt so ein bisschen geguckt was kann ich so in der nächsten season spielen und es wäre echt schön dass ich in der nächsten wenn ich in der nächsten season halt ähnlich bock drauf haben würde das wird mich halt schon freuen aber das hängt ja auch damit zusammen irgendwie ob mir die spielweisen hat gefallen ne vielleicht gibt es auch dazu noch obwohl es vielleicht ein langweiliger bild ist oder obwohl man da keine großen greater risk zu gesicht bekommt vielleicht mache ich dann noch ein video zu wie ich mir ich denke mal vielleicht spätestens vor der ähm vor der ähm diablo season dass ich dann nochmal kurz drüber spreche wie ich nächste season dann irgendwie spielen möchte welchen bild ich spielen möchte und ähm was ich mir dazu vorstelle und ich kann mir gut vorstellen dass ich da auf jeden fall noch mehr bock auf diablo haben werden als in letzter zeit ich habe auf jeden fall schon einiges gespielt ähm nicht so viel aber ich habe halt vierungen getestet und ähm das sind immer wichtig dass man das gefühl hat das ist ja das schöne an wulsen dass du halt immer wieder irgendwas austesten kannst und immer wieder ähm auch auf neue ideen kommen kannst ja siehe mein unglaublich guter toxic hunter bild wo ich mega stolz drauf bin was einfach total lächerlich ist aber es hat halt laune gemacht und ja gut das dazu also es war ein gemischter podcast wir hatten viel so was war die letzten tage so rl los dann hatten wir viel weihnachts ähm thematik wir hatten bisschen wulsen bisschen diablo bisschen wo w bisschen allgemein streamen youtube mhm und kleine ausblicke auf 2019 ich hoffe es hat dem einen oder anderen gefallen ich wünsche euch auf jeden fall und da das jetzt in ein paar stunden schon soweit ist eine wunderschöne festtagszeit sag ich mal es kann ja auch gut sein dass einige irgendwo im urlaub oder so sind also nicht nur jetzt weihnachtszeit sondern auch einen guten rutsch ähm würde mich natürlich freuen wenn ihr irgendwie euch hier den podcast anhört wenn ihr meine videos weiterhin verfolgt wenn ihr vielleicht auch mal auf twitch vorbeischaut ich werde auch im hinblick auf 2019 vielleicht ein bisschen was ändern ich versuche irgendwie so ein bisschen mehr ähm preiszugeben wann der stream online ist oder so und zwar wird das wahrscheinlich über meinen blog laufen das heißt wenn es jetzt zum beispiel ist dass ich jetzt zum beispiel krank oder so bin und das einfach jetzt längere zeit nichts kommt und ich das zum beispiel auch gerade in schlechten youtube videos aufnehmen kann dann werde ich vielleicht mache ich das sogar gleich noch sonst vergesse ich das wieder und wenn ich was vergesse dann ist es meistens so dass es nicht gut ist dann ähm müsst ihr einfach rechts wenn ihr auf meinem blog seid rechts in der leiste schauen und dann wird da irgendwie stehen irgendwie aktueller stand oder so und dann steht da zum beispiel irgendwie das ist geplant für die nächsten tage oder wochen dass ihr hier so ein bisschen ein einblick darüber bekommt was ich jetzt äh generell so ähm mir so vorstelle wenn ich zum beispiel jetzt irgendwie krank bin dann steht da irgendwie ja jetzt äh gerade erstmal ähm nicht gut dran da müsst ihr nicht unbedingt irgendwie jetzt darauf warten dass jetzt hier irgendwie so ein youtube video so kommt sondern habt ihr dann mal schnell so eine übersicht das ganze ging bei twitch eigentlich auch ganz gut aber irgendwie ist dieses feature glaube ich auch wieder vielleicht in der ähm bewertungs ne wie heißt das er ist eigentlich völlig belanglos glaube ich geworden du konntest ja irgendwie immer so eine art ähm äh weiß ich nicht status meldung irgendwie abgeben und ich hab das auf jeden fall super lange nicht mehr benutzt dieses feature ich denke mal ich lasse das einfach über den blog laufen und schaut einfach mal den blog wenn ihr der meinung seid oh da gab es jetzt seit über einer woche kein video mehr oder auch kein stream was denn da los hat er keinen bock mehr hat er keine zeit mehr was da los dann versuche ich das da dann irgendwie unterzubringen ich glaube das ist eine ganz gute idee da habe ich jetzt einfach mal die letzten tage so ganz spontan darüber nachgedacht und ich finde das passt eigentlich ganz gut macht das ganze natürlich auf englisch weil das auch mhm halt jeder irgendwie wissen soll weil es ja auch so ist das es ja auch ähm Leute gibt die nicht immer deutsch können oder so weiter ähm von daher packe ich es einfach auf englisch da steht irgendwie keine ahnung mal schauen gut das war es dazu also eine wunderschöne weihnachtszeit ich freue mich auch sehr darüber ich bin froh darüber dass es noch bis weihnachten geklappt hat weil ich war echt vor einer woche noch sehr sehr schlecht dran und hätte echt nicht gedacht dass ich bis weihnachten wieder einigermaßen fit werde klar fit ist immer so ein bisschen nett ausgedrückt trifft es vielleicht auch nicht so ganz weil komplett fit bin ich nicht aber zumindest so dran dass man ein bisschen weihnachten feiern kann ja und ähm dann hört man sich aller 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 spätestens ich hoffe natürlich ihr kriegt auch die nächsten youtube videos dann noch die nächsten tage mit und äh vielleicht ist es für den einen anderen ja auch irgendwie interessant und wenn man sich nicht mehr hören sollte dann sieht man oder hört man sich dann 2019 dann in ruhe macht's gut und viel spaß in nächsten tagen ciao